Danke, im Dienst trinke ich nix. Sag mal, was ist denn das hier? Wo kommst du denn her? Das ist ein Bübelverschluss. Mann. Danke. Meine Hertha ist damals mit dem Oberkellner von unserem Stamm-Italiener. Ja, ich sag's ja, die Italiener. Nee, es war ein Fellbacher. Das ist natürlich hart. Und meine Heike ist wirklich mit dem Italiener. Es hat, da siehst du keinen Schneedung. Das kannst du laut sagen, dieses ewige John Porno, Signorina. Möchten Sie doch eine kleine Kaffee, eine kleine Latte, vielleicht meine kleine Latte. Das kann doch unser alter seiner Frau gar nicht sagen. Die fragt, was er uns dann da hasst. Und dann diese scheiß Gesinge. Oh, sole mio, sta frantate. Oh, sole mio, sta frantate. Und ich scheiß, was ich nicht. Wo знач es einmal? Ja, ich suche mich. Oh, sie living sind. Ich sehr, ich liebe dir, ich liebe dir. Oh! Ich bin jetzt so du. Volare! Oh! Cantare! Oh! De più! De vinto! De più! Oh! 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 Oh!